Leute, die Brücke ist fertig! Juhu! Wir sind der erste Mal für Brücke, Moritz! Ja, endlich! Ja, endlich! Willkommen zurück! Willkommen zu der nächsten Folge ARK SURVIVAL AWOLF mit der Juice Media Crew Und mir! Und, und, Patrick! Wir sind immer noch am Brückenbauen Der Live und ich, ihr seht das alles wieder aus Live-Perspektive Aber ich hatte einfach mal Lust Begrüßung zu machen Da hab ich erstmal reingeschrien So, und wir sind am Brückenbauen, ganz spannende Sache Ja, immer noch Ha! Fuck! Was hast du denn da? Ja, verbaut! Oh, geil! Patrick? Ja! Wir nutzen diese Tür hier oft Welche? Die andere! Ja, kl- Ja, tu ich! Was hat er gemacht? Er hat ein Silo davor gepackt! Er hat ein Silo! Im Silo? Ja, dieses andere Silo! Ja, genau! Ach so, ein Wassertank! Das wird er irgendwann erst entpacken Irgendwie ein paar Meter weiter links Das war ja, wir bauen lieber den Türweg Live-Live gebrochen, heißt ich... Live-Live gebrochen wäre eigentlich gar keine Wind-Sellings, oder? Sieht cooler aus, sieht cooler aus! Wir haben noch am Rande noch am Rande Wie spät es? Wie heißt es? Ähm... Mauern? Mit so, dass es so zu aussieht Ja... Dann hilft mir beim Hoodings-Sellings bauen Feelings! Mach ich gerade schon! Der letzte Folge habe ich voll viel Level-Ups gekriegt! Jo! Ey, nein... Äh, nein, nein... Äh, nein, nein... Live-Treppen brauchen wir jetzt nicht mehr, oder? Hm... Ich glaube, nö... Wir haben ja eh noch keine Treppen gebaut... Gibt es Treppen überhaupt? Hm... Nein, ich war nicht dieser Hochgänge da... Bram, ja, ja... Ich weiß nicht, wer das meint... Er ist 37... 38 sogar schon... Wie ist der denn hier? Äh... 38 auch... Oh, ich habe auch Gold, ne? Schön! Wir bauen uns echt praktisch! So... Äh... Wir müssen mal eine Sense bauen, und Pfeiber bauen... Wo steht denn dieser eine Dino? Welcher denn? Ja, dieser eine... Äh... Diese eine Dino? Mhm... Ach, egal... Welche Farbe? Hast du es mitbekommen? Ein EGAL-Witz? Oh... Oh... Oh Gott... Den habe ich jetzt erst mal in der letzten Folge! Und wurde den einfach nicht los! Wie schlecht war der? Ja... Auch was sagen wir, egal ob es geht! Ist egal! Kacken! Äh... Kacken! Wahrscheinlich! Euer hat gekackt cool! Äh, echt jetzt? Ja, ich habe ihn gerade kacken lassen! Was? Über! Ich frage nicht, wie man einem Dino sagt, dass er kacken soll! Ja, guck mal, wie du das Hunden beibringst! Ne, wie du das Hunden beibringst! Genauso wie du das Hunden beibringst! Immer noch! Wie bringst du das denn bei? Du hast keinen Hund! Oder? Ja, aber... Ihr habt einen Hund, den wir auch nicht beigebracht habt! Äh, what the fuck? Was ist das für eine Tür? Wo denn? Hast du wieder Tür gebaut? Ich wollte gerade durchs Fenster reinhüpfen und habe mich gefragt, warum die Tieren so verbagten aussehen! Ja, gut! Oh mein Gott! Äh, Moritz? Ja? Du kannst schon mal die zweite Etage anfangen zu bauen! Ja? Äh, was bauen wir überhaupt denn den Coop-Plots an? Na, dann mache ich gleich irgendwas! Ähm... Ich habe Narko-Berry-Seeds, Azul-Berry-Seeds, Narko- und Meju-Berry! Tinto-Berry-Seeds, würde ich sagen! Tinto-Berry-Seeds! Ich mache gleich das! Das ist meine Aufgabe jetzt! Tinto-Berry-Seeds! Okay! Ich bin der Gärtner da unten! Ich bin der Coop! Ja! Da kannst du gerne sein, du! Ich bin der Zwerg der Michaelis! Vor ne Brille, ey! Ah ja, stimmt aber aus! Du trägst doch schon eine, reichst du nicht? Nee, 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 nee! Ich weiß gar nicht, ob ich Kontakt mit so einer Brille trage! Das hier doch gar nicht! Ja, ist das so! So, Ted, ich brauche noch ein bisschen Glück! Dann macht du mich auch mit der Axt! Das hier! Guck mal Leute, so wird man im Wald los! In Axt! Oh, der bleibt sehr schön! Er hat schon wieder gekackt! Nice! 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 Voll interessant! Bestes Thema, das es gibt! Ja! 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 Einige Leute, können wir seine Senseampunkern? Ja! Und das waren! Ja! Und das laten! Na man fühlt sich aus! 13 Prozent ich gerne sind auch das gehört ich habe sie genommen macht man nicht aufs Wort zur Stiftung der Witz wer hat viele Bären gedruckt Meter Bär was sie bitte liegen wäre nett Interessant ich habe 191 ich habe 191 der andere der andere der andere der andere bring bitte auch Narkotics mit Sennse 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 Leute und die habe ich gerade gerufen als würde er sich von mir entfernt weiß nicht warum ich bringe mir da auch keine Nachteiligkeit Narkotics Narkotics Baut die auch mal in dem Haus weiter nach der Sichtige ist gut genug da fehlt einfach oben die Hälfte ja ich hab die nicht angefangen was man anfängt muss man auch verändern Lala live ne ne das war ja nicht besser Patrick ne ich fang nie den aus an das ist gut ich muss dann ja auch nicht brennen aber wer hat da bitte Steinwände gebaut wie sieht fahre ich euch aus was soll Moritz da ich wollte nur was besseres für unser Haus machen besser aber sieht scheiße aus ja wie das jetzt aussieht ne das ist jetzt nicht so wichtig ne das ist das wichtigste das ist das wir müssen da drin überleben falls ein T-Rex kommt dann müssen die halten Moritz es kommt dir hier auf T-Rex lass in die Brücke irgendwo eine Tür rein bei uns wir sozusagen so einen kleinen Raum hier noch haben so ist doch witzig nein nicht witzig doch dann stellen wir dich dann ein dann stellen wir ganz viele Käfige rein und stellen wir dich dann ein Lass das an den Leiten zumachen ja ach nee hatte ich doch vor wird lustig aber ich könnte auch ein bisschen dauern deswegen hab ich jetzt die ganze Folge ja als Baufolge gemacht ja ne ich ne ich glaub die nächste Folge wird auch noch ein bisschen bauen ne das ist ja meine machen ohne bauen dann was machst du denn baust du nicht auch? er farmt ja er farmt ja das bleibt echt mal los hin und irgendwas starkes gefangen also ja er ist stark aber stark er hat schon ein Beispiel live hast du dir eigentlich ne Sense gecrafted? ja kannst du mir auch ne Sense geben? ich hab nur eine gecrafted er hat eine gecrafted oh live ich lebe warum tust du mit sowas das geht ja gar nicht oh fuck äh ich scherbe yes hier bin ich wieder zu high ist mein Typen live ich sag dir was du anziehen musst was denn äh high hat high shirt high pants und cloth boots und cloth gloves dann hast du gar keine Temperaturprobleme warum auch immer ich hab mal mein T-Shirt auch ausgezogen ne na gut hm das wird keiner wissen und nicht sehen weder wissen noch sehner Röhrenblassen oh ich de-triere hier ist die Schmerzen zu glauben aber besser wir haben noch darüber geredet wir haben noch darüber geredet wir haben noch eine Folge live keine Themen gerne solche Themen es ist ja gar nicht hm 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 ja dein Hund nervt leicht kannst du dir mal das Spellen abstellen kannst du dir mal muten ja ja ich hab auch richtig weit gebaut gerade guck ich hab auch richtig weit gebaut ich hab mich weiter gebaut nee das ist jetzt echt nicht nötig dieser Schwanzvergleich ich bin nicht nötig ich bin nötig wir wissen doch bei euch beiden ist denn nicht viel ach so ach alles klar sagt Patrick hehehe ballin jetzt let's plays ban hier sind gleich keine Bäume mehr ja ne ist so Das ist so schwer, irgendwann in den Holz zu kriegen. Ja. Für diese Scheiß-Holzbrücke haben wir gleich keine Freunde mehr. Ähm, Julian ist AFK immer noch, der ist immer noch gemütlich. Echt jetzt? Ah, Julian. Auch wieder da. Ja. Der war weg, neu. Äh, Moritz glaub, wir haben genügend jetzt. Ja. Ja, ich hab auch schon zu viel jetzt. Ich kann das alleine noch fertig bauen, gerade glaub ich. Nein, ich will mitmachen. Mit Wundend-Sealings kann ich alleine fertig bauen. Äh, wir brauchen noch Holz bauen. Ich hab auch ganz schön viele Wundend-Sealings noch. Ja, wir können die für das Hausland benutzen, für das Dach dann noch. Als ob du so viele hast. 15. Damit kann ich fertig bauen noch. Ich hab draußen mal einen Preserving-Bin hingestellt, der ist aber bitte nur für Bären. Ja? Ja. Live, hier fehlen noch drei Reihen. Das kannst du niemals fertig bauen alleine. Doch, das geht mega schnell hier. Wetten? Das sind voll wieder deine Wetter. Oh mein Gott! Ah! 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 Was ist da los? Hier ist Sarko! Okay, Moritz. Gerade. Da ist Sarko reingelaufen. Moritz, die beiden fehlen mir noch hier. Ich kann auch noch welche bauen im Notfall. Hast du noch welche? Ja, ich hab noch welche. Dann baue ich schon mal Mauern, ne? Oh fuck, ich hab den falschen Bogen genommen. Ich hab aus Versehen, dass Sarko mit zwei Schüssen getötet. Ich wollte das eigentlich betäuben. Und das... Sarko wäre auch mal geil. Wer braucht... Ey, live und was muss hier rein? Wer braucht Prime Meat? Äh, wo? Später können wir aus Prime Meat, Mindwipe, Tonic machen. Hier musst du... Es gibt auch so schräges Ding. Äh, nee, das passt da passt nicht rein. Okay, das ist ganz zu schräg, glaube ich. Oh. Egal. Hier auf jeden Fall erstmal Mauern. Ja. Schon wieder Level ab, Alter. Ohne wieder. Ja, in der Folge hab ich jetzt ganz viele Erbsgeführter. Kriegt Stamina. Word & Shield, hudu 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 hudu... Dei! D-41! Ja, ich kann direkt ihn spauen. Printing. Ja. Пока. Ah, hab ich nicht gesagt. Dampderm. live hol mal ganz viel feiler mit einer sichel ich gehe ja gar nicht sein wichtiges projekt der gemeinschaft mit wir nicht mehr rüber mit fallschiff springen müssen aber auch irgendwie zurückkommen also die brücke einfach das sieht aus wie so eine panzerbrücke ja wenn wir mal ein T-Rex haben muss er da ja auch irgendwie rüber laufen mein Bronto ein Bronto der macht die Drücke ja kaputt ja und? Nein macht er nicht ein Bronto kann so durchs Wasser laufen der braucht keine Drücke T-Rex auch also warum haben wir nochmal ne Brücke gebaut? für uns du will XP kriegen und warum wollt ihr darüber auf die Insel? eigentlich für unschlau ne wir bauen auf ne kleine Insel sag doch einfach dumm das wollte ich jetzt nicht sagen äh warum nicht? passt doch besser zu dir äh Jürgen ich hab mal 800 Pfeiber gesammelt ne? also komm her wenn du brauchst was du? oder tausend irgendwas über tausend jetzt was? ja komm doch einfach nach hause nee du kommst hier ja ich baue die Brücke wichtiger ach man muss er jetzt schon wieder hier tired sein ja ich muss was trinken kann moritz wollen wir ja auch noch äh wooden Wailings oder Fences oh da ist Fabian und äh Fences meine ich natürlich doch gesagt ja also nicht Wailings äh fuck ich hab mich wieder verbrot ja wieso rastert der denn nicht ein ach bitte und man das muss doch wieder nein nein hast du auch verbaut? ja aber muss uns aufpassen wenn wir uns nicht einbauen ne? dass wir uns nicht hier zubauen so wie ich gerade auf meiner Seite äh der ist eigentlich fertig komm nicht rein äh mach's mal kaputt ja ja gerne doch haben wir schon einen Peteranodon Sattel? nein wir haben auch noch keinen Peteranodon ja doch klar doch ach so ja nicht mehr äh ach ist er tot? ja den hat der Bronto getötet scheiß Bronto alter Friedrich Wilhelm rip wir müssen einen Grabstein bauen Leute waste in pieces waste in pieces pieces okay pieces nein doch nein 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 Moritz glaub die Brücke ist jetzt fertig ich glaube nicht doch ich hab noch ganz viel also ich hab noch vier ich hab mich verbaut schon wieder ja hast du denn genügend dann muss ich ja nichts mehr holen äh ich müsste fast genügend haben ja ja aber wir können eh noch was gebrauchen für das normale Haus hätten wir mal so im normalen Haus gearbeitet ne wir wären sofort fertig gewesen ja ne wir brauchen noch zwei Mauern Moritz kann ich immer noch bauen wenn du willst oh sehr schön super Aua aber nicht wieder rausnehmen ich brauche nach Kreuzek ja ja ich hab auch kaum mehr was gleich wie kommst du da mit rein ich hatte noch nie welche ich hab alles jetzt bin wir fertig die Panzerbrücke ist fertig Leute ja jetzt brauchen wir nur noch einen Panzer oder eine Brücke aber halt eigentlich wir müssen bei richtig seichten was er gebaut kann mir mal jemand sagen wie der Bronzo so einen großen Schal machen kann dass sogar hier die letzten Dinger kaputt sind er hatte einen großen Schwanz das muss man ihm auch wissen äh Moritz ja hast du da ne Mauer zerstört nein sicher ich hab sie nur angehittet weil da fehlt ne Mauer die fehlt ja ich bauschne eine ich bauschne eine ja mit was hast du die denn angehittet bei der HV ist ja moritz kann man sich schlagen ja Leute die Brücke ist fertig juhu juhu endlich wir sind erst noch eine Brücke Moritz ja das Regenreservor fühlt sich tut es ja ja weil es regnet es ja 17 und tap funktioniert endlich ah endlich man müssen wir das ganze Dach mit dem mit Dings da vollbauen halt der so richtig hardcore das Wasser geht eigentlich von der Tiefe her er war gut gebaut hier mit den äh wir nochmal Fertilizer und Siebs rein ja und ne hast du mich gerade gelobt er hat sich für gut aus danke schönen Synchron unten man müssen wir das ganze Dach mit dem mit Dings da vollbauen halt der so richtig hardcore das Wasser geht eigentlich von der Tiefe her er war gut gebaut hier mit den äh wir machen mal Fertilizer und Siebs rein ja und hast du mich gerade gelobt er hat sich für gut aus danke schönen Synchron unten ähm das blöde ist das Ding nutzt nützt überhaupt nichts zum wasser füllen also zum water skin füllen ja ja dann ist es leer doch klar nein drück f auf den tab und das Ding ist schon wieder leer ja ja am tap vielleicht am tap du musst am tap den water skin da rein ziehen was ist daran so schwer es hält nur 200 ich hab's beim tap gemacht ja das recht es geht äh leute es wird leerer mein water skin wird leer der wird rausgesaugt alles ey ey Leute Leute Lass mal hier live 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 Lass mal hier jetzt eine Brücke rüberbauen ja noch eine Brücke ja damit wir dann da unten unsere Fische parken können ach du meinst halt in so ein tor live patrick haben wir ihn von lagerfeuer ja ich sehe nichts gerade hier ja zum braten es ist nicht tief genug hier für fische habe ich doch aber das ist durchgängig voll weil ich meine fleisch am inventar hat die beiden die bäume nicht abfällen dann pack ich das fleisch einfach in der kiste die beiden bäume nicht abfällen die bei bäume abfällen nicht im sonnenberg nicht nur ist ich kann sagen ich schätze deine folge schon um oder nein fünf Sekunden bei die so reichen wenn sie jetzt auf Fischjagd okay ja warte nächste Folge und da diese Folge jetzt bleibt doch noch gerade auf als ob es wieder mitkommen wird der langweilig fischjagd es lohnt sich jetzt anzufangen und wollte fische jagen er will fische jagen ich will es nicht ja warum er will mich zwingen er will gucken ob es reinpasst da in das ding klar lassen high jagen all egal oder an muss ich mal lernen ist kein klar ich kann Polymer und Elektronik jetzt machen ey komm wir haben doch wer nicht von einem Fischjagd haben wir doch einen Sattel oder Fabricator ja von einem Delphi Gillyboot Gillygauntlet ey ich lerne es ganz ganz gilly set wie heißt der Delphi nochmal ich Thiosaurus ja bist du sicher Longneck Whitefield da bin ich ich hab den jetzt freigestellt den nehme ich schluss auf durchsattel das ist der Delphi das ist der Delphi die sind so richtig schnell eigentlich eigentlich komm live gehen wir auf Delphi warum ist das bitte immer noch dieser blöde das war's von dieser Folge ich schreie hier gerade lang das war's das war's mit dieser Folge und ja bis zum Glück ich hab 96 Heid das war ich das Schluss habt ihr gehört wieviel ich hab vergessen egal ja viel Spaß das war ein toller Schaus das war ein toller Schaus das war ein toller Schaus ja wir sehen uns in der nächsten Folge werden wir hier wahrscheinlich also ich zumindest hier ein Torf mal bauen kam warum hab auch Lust drauf tschüss bis zum Glück